Lavinia Wollny hat 12 Kilo abgenommen, bei Schwester Estefania Wollny waren es noch mehr. Jeder hat dabei seine eigenen Tricks aus Rufezeichen. In der Welt der Scripted Reality Show die Wollnys, eine schrecklich große Familie sind die Wollny-Schwestern nicht nur für ihren einzigartigen Familienzusammenhalt, sondern auch für ihre ehrlichen Einblicke in ihr Leben bekannt. Punkt Mehrere Kinder von Silvia Wollny, darunter Lavinia Wollny, Sarah Fina Wollny und Estefania Wollny, haben erstaunlich viel Gewicht verloren. Mit Vorher-Nachher-Fotos bringen sie ihre Fans immer wieder zum Staunen. Punkt Nach Estefania Wollnys Verwandlung, Lavinia Wollny verliert 12 Kilo Gewicht. Nachdem Estefania Wollny schon vor vielen, vielen Monaten mit einer krassen Verwandlung für Furore sorgte, teilte irgendwann auch Lavinia Wollny in einer Frage-Antwort-Runde mit, nach ihrer Schwangerschaft mit Sohn Linus dem 12 Kilo verloren zu haben. Punkt Die Fans waren natürlich neugierig und wollten wissen, wie sie es geschafft hat. Lavinia erklärte, dass sie und ihre Familie begonnen haben, ihre Ernährung umzustellen, weniger Fett beim Kochen zu verwenden und sich mehr zu bewegen. Diese gesunde Herangehensweise hat offensichtlich Früchte getragen. Punkt Damit hat die 24-Jährige eine etwas andere Herangehensweise als ihre Schwestern Estefania und Sarah Jane, die Kalorien zählen. Punkt Gemeinsam haben aber alle den Part mit der ausgewogenen Ernährung und der Bewegung. Anders, als viele behaupten, haben die Wollnys also nicht durch Tabletten oder ein Magenband abgenommen, sondern in Wahrheit mit Disziplin und Geduld. So haben Sarah Fina Wollny und Estefania Wollny genau abgenommen. Punkt Sarah Fina Wollny hatte nach der Geburt ihrer Zwillinge Omori und Casey auf Instagram behauptet, dass sie innerhalb von nur 19 Tagen ganze 18 Kilo verloren habe. Punkt Erstaunlicherweise nahm sie bereits während ihrer Schwangerschaft ab, obwohl sie nach eigener Aussage aß, was sie mochte. Punkt Sie vermutet, dass die morgendliche Übelkeit eine Rolle gespielt haben könnte. Sie erklärte auch, dass sie Kalorien gezählt und diese Diät gemeinsam mit ihren Schwestern durchführt habe. Einzig Lavinia scheint also nicht genau Buch zu führen, was sie ist und wie viel. Die größte Gewichtsabnahme in der Familie verzeichnete jedoch Estefania Wollny. Sie hat über 20 Kilo verloren. Punkt Ich habe Kalorien gezählt, Sport gemacht und meine Ernährung umgestellt, so este 2021 auf Instagram. Tatsächlich haben ihre Fans sie in sozialen Medien während ihres Sportprogramms begleiten können.